Das Vereinsheim gibt es ja als Fernsehsendung hier im BR Fernsehen und da gibt es jetzt einen Aufruf zur Vereinsmeisterschaft. Magst du kurz mal erzählen, was die Idee dahinter ist, Newcomer ins Fernsehen zu bringen vermutlich? Und auf die Bühnen, also wir suchen die Vereinsmeisterin, den Vereinsmeister und da kann man sie bewerben im Vereinsheim beim BR auch und die prämieren wir dann mit einer Fernsehsendung, die können da auftreten. Da sind es natürlich, dass sie viele junge Typen, junge Frauen einfach jetzt einen Ruck geben und sagen, ich kann einen Text einigermaßen gut schreiben, ich kann den performen und die sollen sich jetzt am besten melden. Und wir haben ja mit diesen Formaten Schwabinger Schaumschlägershow jeden Sonntag und jeden Montag Blickpunkt Spot gemischte Abende, wo man eigentlich ganz viele junge Leute, neue Leute und aber auch Renommierte, die sich ausprobierender unterbringen. Also die sind dann in einer guten Gesellschaft, wie der Protagonist hier weiß. Also die sind dann in einer guten Gesellschaft, wie der Protagonist hier weiß.